Call of Duty Zombies ist tot. Das Spiel sieht genau aus wie Cold War. Cold War 2.0. Was ist das für ein Mist? Wars und Zombie-Erweiterung? Ich bin sehr enttäuscht vom Zombie-Modus. Das sieht genauso scheiße aus wie dieser Wars und Zombie-Scheiß. Das sind eure Meinungen zu Liberty Falls. Zu dem Gameplay, was ich zuletzt hochgeladen habe beim COD Next Event, konnten wir das erste Gameplay zu Liberty Falls sehen. In diesem Video reden wir darüber, warum der Zombie-Modus nie mehr so sein wird, wie er einmal war und warum trotz alledem der Zombie-Modus dennoch so erfolgreich ist, obwohl er nicht mehr so ist, wie er einmal war. Aber reden wir einmal kurz über die Kritiken zu Liberty Falls und am Ende des Videos werde ich euch noch meine Meinung zu dem Ganzen geben. Fangen wir erstmal mit der Sache an, die wahrscheinlich das größte Problem ist und zwar ist Liberty Falls die zweite rundenbasierte Karte. Die richtige Zombie-Map, die wir eigentlich zum Start hätten sehen sollen, wäre Terminus Island gewesen. Hiervon haben wir zwar schon Gameplay gesehen, jedoch haben wir nicht gesehen, wie Spieler die Map gespielt haben. Wir haben hier wirklich sehr, sehr gute Eindrücke und das Feedback von dieser Map war extrem, extrem positiv, wenn ich mich noch zurückerinnere. Natürlich gab es immer schon Leute, die den modernen Zombie-Modus einfach nicht gefeiert haben und sich darüber beschwert haben. Jedoch war das grundsätzliche Feedback zu der Map an sich sehr positiv und bei Liberty Falls ist das Ganze genau in die andere Richtung gegangen, denn wir haben einmal keine feste Crew. Wir haben also keine Charaktere, die wir festspielen können, um erstmal diese Persönlichkeiten zu verstärken, die den Zombie-Modus ja so ausgemacht haben. Ich sage einfach nur ein paar Namen. Nikolai, Richtofen, Dempsey, Takeo. Ich glaube, das reicht schon, um bei den meisten Leuten Nostalgie auszulösen und natürlich den Bezug zum Zombie-Modus herzustellen. Bei Liberty Falls nicht. Das gibt es bei Terminus Island, aber bei Liberty Falls nicht und natürlich sehr, sehr doof, dass sie das dann, ähm, naja, dass sie Liberty Falls zeigen, wo es keine festen Charaktere gibt und bei Terminus Island hingegen hätte man die Charaktere und man hätte direkt einen Bezug zu diesen Charakteren aufbauen können. Das war schon mal der erste Kritikpunkt. Dann kommen wir zu einem weiteren extrem negativen Punkt, wo Treyarch auch selber das Marketing nicht so gut durchdacht hat und zwar haben wir hier eine Zombie-Map, die auf einer Multiplayer-Map aufbaut oder andersherum, ich weiß es nicht. Im Endeffekt haben wir eine Zombie-Map, die es auch im Multiplayer gibt und wir haben, kurz bevor wir den Zombie-Modus gesehen haben, den Multiplayer gesehen und da haben wir schon gesehen, wie Leute auf der Multiplayer-Map, also auf Liberty Falls, gespielt haben und das Ganze nimmt den Zombie-Charakter so ein bisschen raus. Also wenn wir eine Multiplayer-Map haben und wir spielen da Multiplayer, dann verbindest du die Map nicht direkt mit dem Zombie-Modus und ich weiß nicht, das war ja auch schon in vergangenen CODs immer mal so ein Problem. Bei Cold War gab es viele Maps, die auf die Kampagne basiert haben. Das fand ich nicht ganz so schlimm, wie wenn es Multiplayer-Maps sind, denn dadurch verliert das Ganze den Zombie-Charakter in meinen Augen. Das ist natürlich für jeden selbst überlassen, aber ich glaube, das Feedback von der Community war dahingehend, dass es halt natürlich sehr offensichtlich war, dass das recycelte Assets sind und sehr unvorteilhaft, dass sie diese Map vor dem Zombie-Showcase sozusagen einfach mal gezeigt haben im Multiplayer. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt und zwar die mangelnde Atmosphäre, die Liberty Falls nun mal eben hat, denn für eine Zombie-Map braucht man natürlich auch eine bestimmte Atmosphäre, um überhaupt dieses Zombie-Feeling aufleben zu lassen. Hier stehen Terminus Island und Liberty Falls wieder in einem guten Kontrast, denn Terminus Island hat hier hingegen eine extrem, extrem gute Zombie-Atmosphäre. Alleine dieses tropische Feeling bei Nacht-Zombies, Labor, oder irgendeine Einrichtung, die irgendwelche Geheimexperimente versucht geheim zu halten. Dann ist da noch ein Gefängnis. Also das ist schon, das Ganze passt sehr gut in den Zombie-Modus, wohingegen eine offene Stadt, die eigentlich sehr freundlich aussieht, nur halt, weil sie zerstört wurde und weil jetzt Zombies da sind, heißt noch lange nicht, dass diese Map dann eine Atmosphäre hat, die für den Zombie-Modus geschaffen ist. Da ist natürlich dann klar, wo der Fehler ist, und zwar, dass diese Map nicht unbedingt geeignet ist für eine Zombie-Map. Und zudem kommt auch noch der Punkt, dass diese Map dann nochmal sehr stark aussieht, wie eine Outbreak-Karte wie Gollo war, falls ihr euch erinnert. Diese Map hat auch überhaupt keine Atmosphäre gehabt. Es war bei Tag generell, die Outbreak-Karten waren alle bei Tag. Klar, ist ein ganz anderer Spielmodus, aber da kam man ja auch nie wirklich in diese Zombie-Atmosphäre, da die meisten Maps bei Tag waren, außer natürlich Sanatorium. Und genau das ist ein Punkt, weshalb viele Leute das dann direkt mit Gollo war, vergleichen. Und natürlich hier hat man nicht so die guten, ja, Zombie-Erfahrungen, wie jetzt auf alten Zombie-Maps alleine, wenn man sich Kino der Toten anschaut. Witzigerweise war Kino der Toten sogar bei Tag. Also wenn ihr einmal in diese Gasse gegangen seid, dann hattet ihr natürlich auch Sonnenlicht. Und nur in der Facility, also in der Einrichtung an sich, war es ein bisschen dunkler, weil ihr kein Licht hattet. Aber trotz alledem, die Map war bei Tag und trotzdem hat man Atmosphäre geschaffen bekommen. Also es zählt viel mehr dazu, als ob es Tag oder Nacht ist. Aber das hat natürlich auch irgendwo Einfluss auf die Atmosphäre. Aber kommen wir jetzt mal weg von den optischen Kritikpunkten zu den Gameplay-Kritikpunkten, weil da trennen sich die Community, beziehungsweise die Meinungen der Community, da wir ja die Entwicklung haben, dass der Zombie-Modus zu einem, sage ich jetzt mal, Warzone-ähnlichen Zombie-Modus wurde. Das Ganze hat schon bei Cold War angefangen. Da hat es angefangen, dass wir kein Schild mehr bauen müssten, sondern Rüstungen hatten. Wir haben Munitionsboxen auf der Map, so können wir immer wieder Muni auffüllen. Wir sind mit einem Loadout in die Runde gegangen. So brauchte man eigentlich gar nicht mehr die Wandwaffen oder die mysteriöse Box zu kaufen, da man mit seiner Loadout-Waffe meistens gut zurechtkam. Und das Ganze hat so ein bisschen die Zombie-Atmosphäre, dieses Zombie-Gameplay nichtig gemacht, sagen wir es mal so. Also es ist ein ganz großer Unterschied zwischen Cold War Zombies und zum Beispiel Black Ops 3 oder Black Ops 2. Und hier ist der entscheidende Punkt, wo sich die Community nicht einig ist, beziehungsweise es ist eigentlich offensichtlich, dass dieser Modus gezielt so ausgelegt ist, dass wir ein Erlebnis haben, welches Warzone ähnelt, damit mehr Spieler, die auch Warzone spielen, auch in den Zombie-Modus eingeführt werden können und sich dort wohlfühlen. Denn im Endeffekt geht es Activision, wie natürlich jedem großen Spieleunternehmen, darum, dass sie genug Spiele haben, damit die Spieler das Spiel viel spielen, damit sie dann Skins kaufen und damit sie dann im Endeffekt viel Geld dalassen. Es geht nur darum, das ist ja klar. Deswegen können wir eigentlich davon ausgehen, dass der Zombie-Modus sich nicht mehr zurückentwickeln wird zu dem, wo er mal war. Also zu diesem, es ist schwierig, wir haben komplexe Easter Eggs, man geht sehr schnell down in den Runden und das ist natürlich das, womit wir groß geworden sind oder die Leute, die damals Zombies angefangen sind. Die haben damit angefangen und verbinden damit ihre positiven Erinnerungen. Trotz alledem war der Zombie-Modus früher auf jeden Fall wesentlich schwieriger und heute ist er wesentlich einfacher, damit viel mehr Leute den Zombie-Modus spielen können und viel mehr Spaß im Zombie-Modus haben. Das Ganze führt natürlich dazu, dass viel mehr Leute in den Zombie-Modus kommen, beziehungsweise, dass viel mehr neue Leute in den Zombie-Modus kommen und sich da wohlfühlen, da dieser Zombie-Modus oder diese neue Art von Zombie-Modus natürlich auch Fans hat. Auch wenn die Leute, die früher den Zombie-Modus gespielt haben, gar nicht verstehen können, dass Leute diesen Zombie-Modus auch gut finden können, gibt es tatsächlich extrem viele Leute, die diese neue Art von Zombies gut finden. Allein in meiner Community sind super, super viele Leute, die selbst Vanguard gespielt haben, die in Cold War reingekommen sind, super viel Spaß hatten, in Outbreak viel Spaß hatten. Jetzt in MVZ sind neue Leute hinzugekommen, die haben gerade erst mit MVZ angefangen und haben extrem viel Spaß und das Gleiche wird sehr wahrscheinlich dann auch in Black Ops 6 passieren, dass wir hier viele neue Spiele haben und vor allem die Spieler, die Cold War und MVZ und teilweise auch Vanguard gefeiert haben, die können tatsächlich in Black Ops 6 super viel Spaß haben. Und das ist auch der Punkt, warum ich denke, dass der Zombie-Modus nie wieder so sein wird, wie er damals war. Denn der Zombie-Modus entwickelt sich in eine Richtung, wo theoretisch jeder Spieler in den Zombie-Modus gehen kann und diesen schaffen kann, sage ich jetzt mal. Also es schaffen kann, hohe Runden zu erreichen, E-Stacks zu schaffen, alle möglichen Tarnungen freizuschalten. Die Schwierigkeit wird dem Zombie-Modus genommen, um halt natürlich zugänglicher zu sein für alle Spieler. Wir erinnern uns zurück, ich erinnere mich zurück, damals, als ich noch Black Ops 1 mit meinem Bruder Splitscreen gespielt habe. Ja, auch ich habe das damals miterlebt und auch sehr enjoyed. Aber damals war natürlich der Punkt, du bist nach zwei Schlägen down gegangen und dann hat man höchstens vielleicht mal Runde 10 erreicht oder Runde 15 und dann war Schicht im Schacht. Klar ist es natürlich cooler, wenn man sich mehr anstrengen muss, um hohe Runden zu erreichen und es war natürlich sehr, sehr cool damals zu sagen, yo, ich habe es geschafft, in Runde 30 zu überleben oder ich habe das Easter Egg geschafft. Das war natürlich extrem krass, wenn man das damals geschafft hat, zumindest war es in meiner Wahrnehmung so. Jedoch hat sich das Ganze sehr geändert, sodass jeder es schaffen kann. Ob das gut oder schlecht ist, ist jedem selber überlassen. Der eine mag es schwieriger, der andere mag es leichter. Und heutzutage hat sich der Zombie-Modus halt zu dem Leichten entwickelt, damit jeder es schaffen kann. Die meisten Spieler, die halt mit dem alten Call of Duty Zombies groß geworden sind, werden sich sehr wahrscheinlich nicht dem anpassen, wie es heute ist. Ich habe mich tatsächlich angepasst. Klar, ich mache jetzt auch YouTube-Videos dazu und natürlich mag ich den neuen Zombie-Modus. Aber ich habe auch tatsächlich sehr viel Spaß, weil sonst würde ich mir das Ganze ja nicht antun. Also wenn ich keinen Spaß habe, mache ich das nicht, dann spiele ich das nicht. Das sollte auf jeden Fall bei jedem der Fall sein. Wenn ihr keinen Spaß habt an dem Zombie-Modus, wenn ihr keinen Spaß habt an Warzone oder dem Multiplayer, dann spielt es nicht, dann schaut euch keine Videos mehr dazu an und schreibt auch keine Kommentare mehr dazu. Denn warum solltet ihr, wenn ihr keinen Spaß habt, den Leuten euren Frust in die Kommentare schreiben, anstatt den Frust einfach, naja, einfach gar nicht mehr aufkommen zu lassen, indem ihr euch das Ganze nicht mehr anschaut. Aber kommen wir jetzt nochmal zu der Frage, ist der neue Zombie-Modus von Black Ops 6 schlecht oder gut? Und da kann ich auf jeden Fall natürlich noch kein Urteil drüber fällen, weil ich selber noch nicht gespielt habe. Wir haben hier eine Beta-Version gesehen, wir haben noch keine Easter Eggs gesehen und generell können wir nicht darüber urteilen, wenn wir es nicht gesehen haben, gespielt haben, unsere Erfahrungen darin gemacht haben. Und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Leuten, die sich noch nicht einig sind, sollen sie das Spiel holen oder nicht, erstmal abzuwarten. Das ist definitiv wichtig. Erstmal abwarten, gucken, was die Leute sagen, aber auch gucken, was ihr darüber denkt und euch nicht irgendwo eine Meinung abgucken. Guckt euch nicht die Meinung von mir ab, guckt euch nicht die Meinung von anderen ab, sondern bildet euch eure eigene Meinung über das Spiel. Wenn ihr jemand seid, der überhaupt nichts mit dieser neuen Art vom Zombie-Modus anfangen kann, dann würde ich euch empfehlen, lasst es bleiben, spielt den Zombie-Modus nicht. Der Zombie-Modus wird euch dann nicht das bieten, was ihr haben wollt. Und dann versucht damit abzuschließen, dann spielt den Zombie-Modus nicht mehr. Aber versucht nicht, die ganze Zeit in der Nostalgie zu schweben und euch zu wünschen, dass der Zombie-Modus so wird, wie er einmal war. Denn er wird wahrscheinlich so in der Art bleiben. Wir werden sehr wahrscheinlich keinen Oldschool-Zombie-Modus mehr bekommen. Und selbst wenn der Zombie-Modus irgendwann mal so sein sollte, wie er es einmal war, dann werden die Leute trotzdem diesen Zombie-Modus nicht mögen. Denn man kann die Nostalgie nicht wieder herbeirufen. Man kann es nicht mehr so machen wie früher. Denn es liegt an der Nostalgie an sich. Denn man verbindet mit den Erinnerungen immer nur das Positive, nicht das Negative. Deswegen kann der Zombie-Modus auch nicht den Erwartungen gerecht werden, die wir haben für den Zombie-Modus. Entweder man akzeptiert den Zombie-Modus so, wie er ist und findet seinen Spaß darin. Man kann nämlich in jedem Spiel seinen Spaß finden. Es liegt an einem selber, ob man Spaß an dem Spiel hat und es liegt nicht an dem Spiel. Und wenn ihr das nicht wollt, dann spielt es einfach nicht. Für die Spieler jedoch, die mit den neuen Zombie-Modus warm wurden oder erst dazugekommen sind, die werden mit diesem Spiel mit Sicherheit extrem viel Spaß haben. Und ich persönlich denke auch, dass ich sehr, sehr viel Spaß in dem Spiel haben werde. Denn es sind super viele Sachen, die das Spiel angenehmer machen. Wir haben wieder einen Carmo-Grind. Wir haben wieder einen 100% Visiten-Karten-Grind. Wir haben dieses Mal wesentlich bessere Easter Eggs, als es in Cold War der Fall war. Beziehungsweise wird es uns gesagt. Also wir wissen es ja noch nicht. Aber ich persönlich denke, dass die Easter Eggs ein bisschen umfangreicher werden. Es gibt ja einen geführten Easter Egg-Modus. Dementsprechend können die Entwickler die Easter Eggs ein bisschen komplexer machen, da sie sie im Nachhinein dann auch für die Leute, die da Schwierigkeiten haben, ein bisschen einfacher machen können, indem sie den Easter Egg-Modus geführt machen. Das ist auf jeden Fall für uns ein guter Punkt. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass wir nur noch drei Selbstwiederbelebungen haben. So ist ein Runde 100 wesentlich schwieriger, als wenn du unendlich viele hast. Auch mit den Essenzen fand ich das ziemlich gut, dass man jetzt wesentlich besser mit seinen Essenzen umgehen muss, damit man in den hohen Runden überleben kann. Das war zumindest der Eindruck, den ich jetzt von dem Liberty Falls Beta-Gameplay hatte. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass man sehr, sehr viele Hits aushält, bevor man down geht. Denn alleine ohne Platten hältst du fünf Hits aus. Wenn du dann Juggerknock hast, hältst du dann, glaube ich, acht Hits oder so aus. Und wenn du dann auch Platten hast, dann hältst du über zehn Schläge aus, um dann, bevor du erst mal down gehst. Das ist schon ein bisschen viel, finde ich. Aber da werden wir dann sehen, wie es ist, wenn das Spiel draußen ist. Es kann ja auch sein, wenn viele verschiedene Gegnertypen auf der Map sind, die euch dann permanent irgendwie von Distanz oder so hitten, dass es ein bisschen schwieriger sein könnte. Aber da habe ich so meine größten Bedenken, dass es dann doch vielleicht zu einfach sein könnte. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der größte Fan von der Liberty Falls Map. Die Atmosphäre gefällt mir nicht. Und ja, der Mapaufbau war mir ein bisschen zu langweilig. Aber wir werden es sehen. Ich hätte eigentlich ein bisschen mehr erwartet, vor allem dieser Dunkeläther-Teil, wo der Pack-A-Punch ist. Da hätte ich jetzt auch gedacht, dass er viel mehr ist. Aber das ist nur dieser kleine Bereich. Es ist ein bisschen ernüchternd, ein bisschen zu wenig. Aber ich denke, Terminus Island wird uns komplett abholen. Liberty Falls wird auch seine guten Aspekte haben, denn ich kann mir vorstellen, dass man dort sehr, sehr gut Tarnungen grinden kann. Und ich bin extremer Fan davon, Tarnungen zu grinden oder irgendwelche Sachen zu grinden. Das ist meine Motivation, die ich in dem Spiel habe. Und so hatte ich extrem, extrem viel Spaß in Cold War. Und ich hatte fast 25 Tage In-Game-Spielzeit in Cold War Zombies und hatte trotz, dass es nur vier rundenbasierte Zombie-Maps und halt Outbreak gab, sehr, sehr viel Spaß in dem Spiel und konnte sehr lange das Spiel spielen, obwohl es so einfacher, obwohl die Easter Eggs so nicht so komplex waren. Also ich mag die neue Art vom Zombie-Modus, aber das ist natürlich jedem überlassen. Die Kritik an Liberty Falls verstehe ich zum Teil, jedoch an dem Modus an sich, klar, verstehe ich auch. Aber ich finde es ein bisschen übertrieben und ich finde, die Leute sollten nicht zu viel an der Nostalgie hängen. Und wenn sie diesen Modus nicht mögen, dann sollen sie doch einfach COD-Zombies aufgeben, denn es wird nicht mehr so, wie es einmal war. Und ich denke mal, das sind gute abschließende Worte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet meine Sichtweise verstehen. Ihr könnt natürlich hier alle möglichen Kommentare da lassen. Ihr könnt mich auch gerne kritisieren. An der Stelle würde ich sagen, schaut euch unbedingt noch das Video zu Terminus Island an, falls ihr das nur nicht gesehen habt. Da habe ich auch den Zombie-Modus an sich nochmal erklärt. Das war es von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.